Hier in Siegburg findet sich ein weiteres YES-Projekt. Im Henrich-Baustoff-Zentrum haben wir die Lounge mit einem neuen Lichtdesign ausgestattet. Und wir werfen mal einen Blick hinein. Hallo, Frau Finkstorf. Frau Finkstorf, was war denn die Grundidee bei der Erstellung und der Planung der Henrich-Lounge? Wir wollten unseren Mitarbeitern einen Rückzugsort geben. Das Team hat den ganzen Tag Beschallung von Kundenseite her. Und damit sie einfach ihre Pause auch in Ruhe verbringen können, ohne in der Küche mit Essensduft zu sitzen, können sie die Lounge nutzen, die Füße hochlegen, ein Buch oder Musik genießen oder das Gespräch mit den Kollegen. Die Räumlichkeiten der Lounge dienten ursprünglich als Lager. Architekt Martin Wilms plante die neue Nutzung. Ja, die Lounge sollte eine angenehme Atmosphäre haben mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Wo Arbeiten und Erholen gleichzeitig möglich ist. Und da spielt natürlich Licht eine bedeutende Rolle. Und wir haben mit dem Lichtplaner Markus Brocke ein Konzept entwickelt, was wir am Ende dann eindrucksvoll realisiert haben. Die Aufgabenstellung gestand darin, für die Lounge ein sehr angenehmes Licht zu schaffen, für die Mitarbeiter, dass sie hier wirklich entspannen können, was aber auch zu den dekorativen Deckensegeln passen sollte. Und zum anderen haben wir einen Gangbereich, einen Flurbereich, der autark geschaltet wird. Das heißt, wenn jemand hier durch den Flur geht, geht das Licht an. Und sobald die Personen den Flur verlassen haben, geht es ganz langsam wieder aus. Die außergewöhnliche Gestaltung der Henrich-Lounge ist von den Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen worden. Die Mitarbeiter nehmen wirklich den Rückzugsort an und relaxen hier, lesen ein Buch, hören Musik, führen leise Gespräche und vor allen Dingen nutzen sie auch die Couch, um sich mal richtig zu entspannen. Auch bei diesem Yes-Projekt gilt, nur möglich dank der Unterstützung von Profis. Die Installateure und unsere Yes-Filiale in Siegburg haben dabei Hand in Hand zusammengearbeitet. Wir haben aus der Yes-Filiale Siegburg Leuchten der Firmen Lightnet und Lichtwerk geliefert, sowohl zusätzlich für die Büros unserer Exklusivmarke Luxner LED-Panels. Frau Fingstau, vielen Dank für den Einblick, den Sie uns gewährt haben in Ihrer Henrich-Lounge. Danke schön, dass Sie die Lounge ins rechte Licht gesetzt haben. Gerne. Tschüss. Ein ganz besonderes Lichtprojekt hier im Henrich-Baustoffzentrum in Siegburg, die Henrich-Lounge. Ja, auch das ist Yes.